Hallo, bist du gar nicht mehr da oder was? Oder bist du auf dem Klo untergegangen oder irgendwie sowas? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forrest. Du Arsch! Das sollte ich eigentlich in der letzten Folge machen, aber ja gut, ne? Haben wir ein bisschen kurz verpeilt, ne? Ja, meine privaten WhatsApp-Nachrichten schickst du einfach hier in die Öffentlichkeit. Als ob davon jemals was privat wäre. Das stimmt. Ich würde erst mal hinten anfangen. Ja, okay. Dann, hä, bist du da hingekommen? Ah, jetzt halt. Hä, wo ist der andere Wagen? Der ist weg? Immer da hinten. Ach da. Ach ja, und Leute, übrigens, ich habe rausgefunden, wie ich hier meinen Grafik-Bug wegbekomme. Falls es einen von euch interessiert oder bei dem das auch so sein sollte. In der Mauer sollte man lieber nicht drinstehen, während man die fertig hat, oder? Auf jeden Fall läuft es folgendermaßen ab. Ich mache von High-Shadow auf Medium-Shadow und dann ist auf einmal wieder alles gut. Ja. Warum auch immer. Der Schatten, der mag dich halt nicht, ne? Mhm. Ja, guck dir mal. Ey, das Fenster hier ist doch mega stylisch, oder? Meinst du, die kommen hier trotzdem durch? Nein, normalerweise nicht. Also, wenn wir nicht durchkommen könnten, sollten die auch nicht durchkommen, ne? Ey, ich bin fast durch. Schau mal, wie schaut denn das aus? Ach, du bist ganz da unten. Ja, ich komme gleich. Ich brauche nur noch ein paar Steinchen. Weil irgendwie klemme ich da drin fest. Der ist doch schon fertig. Nee, doch nicht. Es fehlen noch neun Steinchen. Hm. Hm. Und 38 Sticks fehlen auch noch. Für was auch immer. Ja, das ist für den Bohnenhalter. Ja, aber keine 48, ne? Äh, ja dann. Hier ist kein einziger Stein mehr. Was ist denn jetzt schon wieder los? Wahrscheinlich ist zu viel auf dem Stückchen. Ah, jetzt sind sie wieder da. Yo, yo. Ich habe meinen kurz Hand zum Lowrider gemacht, ne? Wen? Dein Wagen? Ja. So. Wip, 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 wip. Immer schon mit dem Heck hoch und runter, ne? Hast du noch, äh, hast du nicht? Wie viele Steine hast du gesammelt? Drei Stück. Drei Stück, also fehlen uns nur noch vier. Ach so, ich habe gedacht, du hast fünf mitgebracht. Ja, das machst ja du jetzt. Dann, äh, drei Steinchen brauchen wir noch. Ähm, hast du deine Taschen voller Sticks? Wenn ja, du füllen. Füllen. Füllen? Füllen. Alle, alle, was, alle, was Sticks braucht, mit Sticks füllen. Kannst du mit den Lampen anfangen. Du willst fertig werden, oder? So, mit den Lampen vielleicht schon mal, ne? Ich gehe erst mal speichern. Weil... Ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da habe ich mir keine Lust mehr drauf. Speichern vergessen. No way. Oder muss ich nach dir speichern? Du kannst speichern, wann du willst. Du machst doch keinen Unterschied. Ja, gut. Juhu. Na, na, Marigold. Oh, Lurch. Ein Tarnlurch war das. Der hat sich versucht zu tarnen. Also, irgendwie taucht hier alles immer erst ziemlich spät auf. Kann wirklich sein. Und die Mauer ist fertig. Cool. Gratulation an uns. Das haben wir gut gemacht. Ja, unser kleines Großprojekt ist so langsam, aber allmählich fertig. Ja, nur, ähm... Was machen wir jetzt? Ja, jetzt ist die Frage an euch, liebe Zuschauer. Schreibt in die Kommentare rein, was wir bauen sollen. Ja, das stimmt. Genau, weil die Aufnahmesession ist nämlich jetzt dann wieder rum und dann habt ihr... Nee, das ist ja die letzte Folge. Das hätten wir in der ersten Folge machen müssen. Das ist aber wurscht. Das ist wurscht. Das braucht eh zwei Wochen, bis wir wieder aufnehmen. Ja, natürlich. Aber die Folge kommt erst in... Zwei Wochen. Zwei Wochen. Ja, gut. Das war jetzt voll der Time-Warp-Fehler, ey. Ja, aber für... Ja, ich hänge am Boden. Ja, ich hänge in der Luft, wenn ich aufgehängt. Alles klar. Und wieder abgehängt. So. Ähm, was werde ich jetzt tun? Oh mein Gott, Alter. Ich hätte einfach nur jede Steine, den brauchen, ne? So. Welche Steine denn? Was wir natürlich noch machen werden, ist, wir werden noch das Lager unten füllen. Komplett. Mit Steinen und dem Ganzen. Aber das zieht sich wahrscheinlich über die ganze Projektdauer hin. Ja. 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 Und ich mache jetzt hier mal ein größeres Territorium. Das ist so episch, dass du einfach so einen halben Kilometer hochgeportet wirst, ne? Wenn du aufs obere Seil gehst. So. Dick. So. Eine Feder. Da müssen wir einen Durchgang lassen. So. Alles klar. Haha. Das kann jetzt dauern. Schauen wir mal, wie viel Knochen wir brauchen. Ähm, 88. Ein paar haben wir ja schon. Juhu. Also ich habe jetzt einfach ein paar, einige Pfeile, ne? Aber es wird jetzt wieder schön Nacht. Können wir gleich wieder Knochen sammeln. Ah, stopp. Bevor ich das nicht mehr zeige. Die fertige Mauer. Wenn es noch schön die Sonne so halb drauf scheint. Jawoll, ja. Ey, das wird langsam eine richtige Festung hier. Muss ich schon sagen. Gefällt mir. Ah, ich habe die maximale Leistung von ihm erhalten, ne? Sag mal, wo fahre ich denn hin? Alter. Ich glaube, ich bin schon wieder besoffen. Das Ding, das kannst du hier richtig voll klatschen, ne? So, jetzt stellen wir mal wieder auf Color Grading Blockbuster. Jawoll, schon viel besser. Color Grading von Original auf Blockbuster. Juhu. Alter, oben im Basket, Alter, ne? Es liegen, glaube ich, jetzt 30 Pfeile oder sowas oder 40. Ich komme auch gleich mal rauf. Ich baue nur schnell die Bones noch da rein. Und gleich tauchen. Ich tue erst mal was Enten. Essen? Was Enten wollte ich gerade sagen, ne? Ich komme dann rauf. Und dann müssten eigentlich auch schon die ersten Urinwohner kommen. Und dann... Hä? Waren da jetzt Sticks drin? Ach so. Warum? Nee, nee, ich habe... Hast du noch Sticks? Nee, habe ich nicht. Wirst du mir dagegen? Habe ich leider nicht. So, dann gehen wir mal nach oben. Wieder. Ich komme. Ich komme, mein Freund. Es fehlen nur noch 28. Ja, ich gehe dann los und hole welche. Ja, ich gehe dann natürlich auch los wieder Sticks holen, ne? Dadurch, dass ich ja so einen Vogelspot hatte, habe ich saumegaviel Pfeile, ne? Aber Andi, weißt du was? Wir nehmen einfach danach noch zwei Folgen auf und dann haben sie wirklich Zeit. Und wir bauen einfach jetzt... bauen jetzt einfach mal erstmal nichts Neues, sondern machen die Mauer da fertig und ihr könnt euch dann raussuchen, was wir hier noch bauen sollen. So, ich kann dir dabei mal die Pfeile zählen. Wir haben viel zu viele Pfeile. Oh Gott. Zählt mal die Pfeile und schreibt sie in die Kommentare. Ihr könnt's anhalten, das Video. Genau. So, du hast doch einen Pfeil und Bogen. Kannst du die von hier oben abschießen? Wenn die nicht so wegrennen würden, wie die kleinen Maden. Ja, die haben echt irgendwie Schiss. Sind wir hier oben außerhalb des Sichtbereichs? Hey, da unten liegt noch neben ein Feuerlicht eine Leiche. Gut, ich schnapp sie mir. Neben dem großen? Ja. Oh, ich muss was essen. Huh. Ich sag mir, wir haben Feuer abgefackelt. Keine Ahnung warum. Weiß nicht, warum die auf einmal das Feuer lieben. Ja, das ist der neue Patch. Lovely Fire. Ja, tatsächlich. Und da kam ein Vogel raus und eine Feder. Hahaha. Nice. Zündet an. So, drauf damit. Chris. Brenn du Luder, ja? Neben dir. Links neben dir am Boden. Was ist da? Ne, hinter dir jetzt. Jetzt hinter dir am Boden. Siehst du da einen Pfeil? Ja. Sehe ich tatsächlich einen? Noch einen. Aber die kann ich nicht nehmen. Noch einen. Wieso kannst du die nicht nehmen? Ich kann die nicht nehmen. Scheiße. Da ist einer. Ah. Die rennen alle ins Feuer rein. Ist das cool. Na, komm her. Lovely Fire. Kommt na alle her. Aber die hat überlebt. So ein Mist. Jetzt brennt sie wieder. Ne, das war ein anderer. Jetzt ist er gestorben. Er pfeilt. Jetzt ist er gestorben. Ne, doch nicht. Doch, der ist gestorben. Pfeil im Hals. Ich? Brennt. Burned. 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 Ach Mist. Die Köpfe kann man nicht ins Basket reinlegen. Ne, kannst du nicht. Ah. Federn. Federn. Ja. Noch eine. Haha. Also Pfeil und Bogen finde ich wirklich auch nützlich, ne? Hm, Snickers. Wie baut man den Bogen? Äh, brauchst du ein Seil, ein Stick und ein Close. Also ein Stick. Ja. Ein Seil. Und ein Close. Ja. Ja. Da habe ich einen an. Jetzt bräuchte ich bloß noch Pfeile. Aber irgendwie ist sie. Ah, jetzt hat's. Du brauchst einen Stick und fünf Federn. Man kann auch ohne Pfeil schießen. Ist das witzig? Dann tut er nur so, als würde er schießen, oder wie? Ja. Du hast doch oben noch Pfeile, oder? Ja. Du kannst aber auch schnell welche selber machen. Ja, Stickies habe ich jetzt gerade nicht, aber... Ich gehe mal welche holen. Und ich habe schon wieder Lurche im Inventar. Wo kommen die immer her? Keine Ahnung. Wollen wir nicht erstmal das Fenamil wieder ablegen? Und jetzt habe ich auf einmal... Ich hatte gerade nur zwei Lurche, ja? Ah. Dann habe ich kurz zugemacht, wieder aufgemacht. Und dann waren auf einmal zwei Hasen im Inventar. What the hell? Ich hänge die mal alle wieder auf. Und dann mal schauen, ob die dann wieder da sind. Die bekommt man Farbe zur Hölle. Mit einem Pouch? Die blauen Beeren sammeln? Und dann kann man die blauen Beeren... Oh Gott, mit was muss man die... Wahrscheinlich mit Tresep, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. Ich wollte mir draußen noch einen Sprengstoff-Racken hängen. Den platzieren. Pflanze mal deine ganzen Seeds rein, bitte. Ich habe schon alles wieder reingepflanzt, was ich hatte. Ah, okay. Ich glaube, das sieht jeder nur seine eigenen, die er pflanzt. Ah, nee, du hast sie wahrscheinlich hier hinten. Ja, ich habe hier hinten alles voll gepflanzt. Er klaut einfach noch die unreife Pflanze, ne? Was? Ja, die waren noch nicht fertig gewachsen. Und der blöde Pouchier, der soll sich verdröseln, echt? Der ist doch schon weg. Und der auch. Der steht immer im Eingang rum da. Ja. Also ich habe jetzt eh mein Bauprojekt. Was ich auf jeden Fall machen will, sind Plattformen und darauf dann die Beete. Ah, okay, gut. Ja. Dann hat das ganze Struktur in Ordnung. Und wir können keine scheißnervigen Büsche nerven, ne? Ja, wir können ja hier draußen jetzt auf dem Vorplatz hier anfangen zu bauen. Weil ich, da kommt ja jetzt die Bohnmauer außenrum. Wo ist der? Die sind da hinten. Der ist zu dritt und lachen uns aus. Nee, zu 40er. Die feiern eine Party. Boah, Alter, ey. Boah, leg. Boah. Boah, sind die aggro, ey. Schnell, hin ins Feuer. Boah. Auf ins Feuer. Ja, ha, ha, ha. Wie geil ist denn das? Und der nächste. Komm, den kann ich mir sogar von hier schnappen. Und ab ins Feuer. Boah, sind da viele Knochen, ey. Boah. Das hört sich echt ekelhaft an. Als ob sie uns Angst machen könnten. Die Versuchung heizt, ne? Kommt hierher. Hier bin ich. Das große Feuer ist echt voll die Todesstrap hier. Das zieht hier irgendwie wirklich magisch an. Ja, weil wir dahinter stehen. Oh, Federn. Der hat gerufen. Bei mir da. Oh, Federn. Ja, bei mir auch gerade. Federn. Federn. Der hängt. Blatt ihn. Ey, wir haben hier voll das Perpetuum mobile, ey. Federn für Pfeile. Zähne. Warte mal, wie mache ich die scharf hier? Alles klar. Ich locke den da hinten mal her. Das ist ein Höhlenmensch. Höhlenmensch. Komm her. Na komm. Uah. Uah. Hat man was gedrungen? Die sind schnell, ey. Hier, komm. Komm. Na komm. Was macht der? Uah. Oh, hallo. Komm. Ey, sag mal. Jedes Mal, wenn ich zu dem hin will? Jetzt hast du die Falle ausgelöst. Ja. Komm, Gucigu, Gucigu. Komm, hier sind wir. Hier sind wir. Komm her. Hier bin ich. Nein, ich habe das Lagerfeuer kaputt gehauen. Scheiße. Ach, verdammt. Aua. Alter, du in deine Schuss WLAN-Schläge. WLAN-Schläge. Der war gut. Ey. Hier bin ich. Boah. What the fuck? Jetzt ist er tot. Und er hat noch einen Snickers rausgeschmissen. Und da ist ein Vogel reingeflogen. Und ich brauche ein Lagerfeuer. Und es ist mal wieder soweit. Scheiße. Warum sticks? Na, ich komme gleich wieder. Oh, Feder. Ja? Meine Güte, das ist ja... Hey, das sind Glühwürmchen. Siehst du die? Ja, habe ich... Sind das wirklich Glühwürmchen? Ja, hier, schau. Süß. Für mich sieht es nach etwas komplett anderem aus. Nach was? Irgendwas mit Kot. Mann, da bist du wieder, ey. Ich bin optimistisch. Lass mich halt sagen, dass es aussieht wie Kot. Was ist an Kot optimistisch? Eine Ahnung. Das ist höchstens natürlich. Ja, natürlich optimistisch, ne? Alles klar. Alles klar. Haben wir noch genug Leichen da oben liegen, oder? Glühwürmschens. Da ist schon wieder einer. Federn, Federn. Der ist voll an mir vorbeigepacet. Brenn. Wow. Aua. Aua. Heute, heute Fighting-Skills, alter, ne? Sterb. Alter, schon mal, wie viel der aushält, ey. Jetzt ist er tot, oder? Ja. Aber da musst du mich nicht auch noch gleich mit schlagen, ne? Federn, Federn. Wo? Wo? Ne, das ist wieder nur du. Federn. Federn. Nein, Federn. Federn. Ah. Boah, ich will jetzt diesen scheiß Kreis weg haben. Welchen Kreis meinst du? Den scheiß, alter, äh, tu wieder die Falle scharf machen, Kreis. Okay. Das ist wieder noch. Sehr schön. Ähm, die Folge ist zu Ende übrigens schon lange. Ja. Äh, mag ich. Eigentlich, eigentlich habt ihr euch das alle nur eingebildet, dass es jetzt fünf Minuten gelaufen ist. Das ist alles Fantasie. Ihr seid fantastisch, Leute. Ihr habt so eine tolle Fantasie. Es ist unglaublich. Tschüss. Ciao. Ciao.